Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Let's Play! Ja, wie man sieht ohne Greenscreen und alles, denn ich bin gerade in Dubai und ja, wollte eigentlich einen Gaming-Laptop mitnehmen, den ich mir bestellt habe. Leider kam er ja nicht rechtzeitig an. Deswegen habe ich hier gerade nur meinen alten MacBook stehen, der leider all meine Spiele nicht schafft. Und deswegen machen wir eine Browser-Game-Woche und wir starten mit Happy Wheels. Ich hoffe, ihr freut euch und es ist mal was anderes. Und ja, ich versuche natürlich trotzdem, euch abzuladen und ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich Happy Wheels gespielt. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich sehr geil. Okay, wir nehmen mal das hier. Ja. Okay, wir nehmen ihn mal. Wenn es klappt. Yes. Okay, wie fährt man denn? Oh, nein. Oh, nein. Nein, es ist zurück. Nein, nein. Fuck. Oh, guck mal, wie süß. Mein Gott. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? So. Ich verstehe nicht, wie man einfach Gas fängt. Zurück. Das ist irgendwie vor. Wieso ist das Kind schon so creepy? Oh mein Gott, Leute. Ja, hallo. Ach, ist das nicht schön. Der Daddy kann... Wuhu. Bein ist ab. Geil. Ja, okay. Wie das aussieht, die Brückchenweise. Das ist ja sehr geil. Hallo. Ja. Jetzt habe ich ihn komplett kaputt gemacht. Schade. So, ich habe mir jetzt mal eben kurz die Steuerung angeschaut. Und, äh, ja. Ich weiß jetzt Bescheid. Und hoffentlich klappt das jetzt auch. Uh. Boah, guckt mal, wie gut ich bin. Ja, radel, radel, radel. Nein. Au, au, au. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war mein MacBook. Oh, das sieht echt böse aus. Okay, wie komme ich jetzt wieder zurück? Machen wir mal Restart. Wir versuchen das mal, Leute. Wir versuchen das jetzt. So. Oh, falsch. Uh. Wir müssen viel Gas geben anscheinend. Ja, ja, ja. Ja, ja. Boah, Leute. Du trinkst es ja tausend. Sie sind richtig gut. Wieso verlierst du deinen Arm? Sowas macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Das ist nicht wegen mir. Naja. Boah! Wer hat's geschafft? Ich. Auch wenn aufgespießt wird. Wir versuchen mal ein anderes. Was machen wir denn mal? Hier, Green Hills. Versuchen wir jetzt mal. Wir nehmen mal den Oppi hier. Gucken, was der Oppi so kann. Dusch. Ja. Machen wir mal schneller, Oppi. Sie sieht ja so schlimm aus. Okay. Hallo. Du sollst nach vorne fahren. Ja. Wie willst du denn ohne Kopf fahren, mein Freund? Okay. Wir versuchen nochmal. Restart. Das ist ganz schön. Also was ist das denn da hinten? Okay. Oh mein Gott. Hallo. Guck mal da hinten ist dein Arm. Fahr doch da hin. Wie sollst du da hinfahren? Was hat der denn nun? Ich glaube, er ist jetzt eingeschüchtert. Der ist echt doof, der Oppi. Wir suchen das mal mit jemand anderem. Ja. Wir suchen das mal mit der Fetten. Das kann ich mit der Fetten machen. Ja. Der kann doch nicht mal gerade stehen. Guck dir das mal an. Was macht der denn da? Was macht der denn nur für Quatsch? Ja. Fahr. Ich kann diesen Typ nicht ernst sehen. Ei, aber der finde ich gut eigentlich. Gleichgewicht halten kann er, ne? Oh. 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 Das ist halt weh, wa? Hallo. Ja. Dann warte mal, bis du hier fahren kannst, mein Freund. Ah, das ist schön. Ja. Ah. Ah. Sehr gut. Ah. Ah. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das ist ja wie Super Mario hier. Wupp. Ah, und dann wird man einfach drückt, oder was? Das wollen wir ja nicht, ne? Der Businessman muss ja zur... Ah. 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 Tschüss. Na, und jetzt? Das war ich nicht. Ich wollte gerade sagen zur Arbeit, aber das hat sich jetzt erleben. Wir versuchen das nochmal. Eigentlich ist der ganz lustig zu spielen. Nein, die Bombe dahinten haben wir jetzt verstanden. Nicht zur Bombe gehen. Uuuuh. Habt ihr schon mal so ein Ding gefahren? Wie nennt man das nochmal? Ich hab den Namen schon verdrängt. Oh. Er hängt fest. Jetzt nicht mehr. Ich weiß leider nicht, wie man diese Dinger nochmal Segways oder so. Heißt nicht Segways. Wer ist mit denen schon mal gefahren? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde das super lustig. Ja, warte auf. Komplikierte Tiere hier. So. So. Zehn Jahre später. Okay. Tja, das ist das eigene Schild. Da kann ich nichts für. Oh, jetzt stürze ich wieder. Manno. Jetzt musst du auch erst deinen Unterkörper verlieren. Also echt, wir müssen das Rad noch heilen. Ja? Können wir das Segway noch zurückgeben? So, einmal, ich spiele dich noch, ich würde gerne gehen, warum geht das nicht? Ja, dann fahren wir mal den Daddy hier, Daddy, Daddy, das Kind hängt da auch so ein bisschen wie nix hier, kannst du dich mal ordentlich hinsetzen, Mann, nicht mit deinen komischen Ärmchen hier so spasten machen, oh, voller Familienausblick, schade, ist auch dein, oh, was hast du schon hier in deinen Armen ab, hier, was machst du noch für Quatsch, oh, jetzt ist das Kind dran, ja, das Kind hat es für mich richtig angeschweifelt, deswegen, hallo, da müssen wir doch einfach das andere machen, so, nehmen wir uns mal mit, was ist der Papa denn? Das ist geil, Leute, ich kenne das nicht, so, Alter, ja, völlig spaß, süß. Der Date geht ab, zu irgendwelchen Musikmikrofeern oder so, wie gesagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, oh, oh, und in einen sicheren Tod. Das Kind sagt ja gar nicht so lange, Leute, 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 ja, ich hoffe natürlich, ihr freut euch über die Browser-Game-Woche und ihr verzeiht mir, dass das leider nicht die normal üblichen Videos online kommt und falls es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniere natürlich nicht vergessen und ich freue mich natürlich wieder, wenn ich wieder zurück aus Dubai bin und euch wieder richtig geile Let's Plays von Softback, Pop, etc. uploaden kann und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ciao!